Ja Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Rumgefahle beim letzten Mal. Mal gucken, ob das Rumgefahle in dieser Folge weitergeht. Auf jeden Fall wollen wir zum nächsten Borja-Turm und der ist auf der anderen Seite des Flosses. Ach fuck, ich hätte nochmal A drücken müssen, dann hätten wir einen schönen Körper gemacht. Ja und dann, wenn wir den Borja-Turm, ich hoffe wir schaffen das in dieser Folge, wenn wir den angezündet haben, dann gucken wir mal, ob wir ein paar Sachen freischalten. Wie gesagt, dieses Fraktionsgebäude würde ich mir gerne mal angucken und ja, gibt genug, was man sich erstmal angucken sollte. Und dann machen wir natürlich auch zeitnah mit der entsprechenden Erinnerung weiter. Oder wir haben ja mehrere Erinnerungsanfänge. Gucken wir mal, welchen wir dann machen. Hui, ich muss niesen, kleinen Moment. Heidewitzka, Herr Kapitän. Ähm, meine Herren. Nicht schlecht. Äh, Sackgasse. Kistenmann. Ähm, holla. Sieht aus, als müsste ich gleich Nase putzen. So. Ähm. Ich würde gern mal, kann ich denn mal und überhaupt. Da ist der Turm. Gut, hier ist ja noch kein Sperrgebiet. Wo dreht denn der Hauptmann seine Runden? Hier unten. Der steht da hinten. So. So. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ach, ich soll auch mal das Waffenrad zeigen. Kann man ja mal machen. Hier ist die, äh, eine vergiftete Klinge. Hier ist unsere normale Assassinenklinge. Das ist eine Pistole, Schwert, äh, Dolch, Wurfmesser. Wieso? Test. Test. Okay, Ezio kann mega lang die Luft anhalten. So viel steht mal fest. So, ich taue mal nach hier. Hier sollten die mich nicht sehen. Aber wo ist jetzt der Hauptmann hin? Wo ist jetzt der Hauptmann hin? Also das mit dem Wurfmesser war keine gute Idee. Schnauze. Mann. Komm her. Wir kriegen mit schnell. Er entkommt. Haha. Auf ihn. So. Wo ist jetzt der Hauptmann? Jo, 1393 im Banktresor. Ich bin reich. Äh. Äh. Kann ich euch alle mal hier hinten hinlegen? Plündern wir die mal. Das lief ja schon mal wieder nicht ganz so pralle. Zack. Und wir aufräumen hier. Muss ja mal sein. Zack. Und zack. Ähm. Aber hier ist doch nicht der Hauptmann dabei, oder? Wir sind aus dem Sperrgebiet raus. Habe ich doch den Hauptmann erwischt? Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein. Nee, habe ich nicht. Okay. 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 Ich probiere das mal. Ähm. Dass ich erst mal am alle am Wasser probiere auszuschalten. Äh. Da ist er. Ähm. Okay, der dreht seine Runde. Da stehen gleich zwei. Na gut, da machen wir es halt. Ähm. Ähm. Oh, war das schon der Hauptmann? Komm, Junge. So. 22. So. Okay. Dann auf den Turm erklimmen. Ähm. Gut, da werden wir oben noch ein paar Wachen ausschalten. Aber dann... Komm ich hier schon irgendwo hoch? Ja. Oh. Okay. Ähm. Ah, ich komme hier wieder nicht weg. Ist auch gut, dass man hier so viel sieht. So. Guck mal, hier vorne ist ja schon ein bisschen leer geräumt. Aus Gründen. Ob wir vielleicht von hier... ...hochkommen. Denn hier scheinen keine Wachen zu sein. Klar, wenn ich hier auch wieder gewütet habe. Und rumgefehlt habe. So, du läufst hier oben bestimmt einfach nur deine Runde auf diesem Dach. Oder, oder, oder? Oder? Oh, da unten ist auch eine Wache. Hallo, Freund. Ich denke mal, hier wird es nicht hochgehen. Da drüben ist noch eine Wache. Hier läuft der seine Runde. Läuft der nur von rechts nach links? Bleibt da stehen. Läuft wieder zur Kante. Bleibt da stehen. Und läuft wieder zurück, oder? Oder, oder, oder? Okay. So, kriege ich einen Doppelattentat eigentlich hin? Oder kann ich das noch nicht? Das kann ich noch gar nicht. Ach, Mann. Da wird es zu Attentaten und es funktioniert nicht. Weil du noch kein Doppelattentat kannst. Und der Killstreak funktioniert auch nicht. Also der Multikill, sage ich mal. Ja, und dann ist natürlich klar, dass du die Aggro von allen kriegst. Also, bisschen schwierig, wie wie im anderen Teil auch schon. Schnauze. Wie im letzten Teil auch schon, finde ich es auch hier schwierig, rumzustelzen. Einige werden das jetzt wieder anders sehen. Schnauze. So. Turmerklimmung. Ich bin gespannt. Wachenmäßig. Sollten wir ja alles ausgeschaltet haben. Oh, das ging ja. Mensch. Warum kann ich den Turm nicht anzünden? Warum? Der Hauptmann ist tot. Ich synchronisiere mal. Aber warum kann ich den Turm nicht anzünden? Habe ich, glaube ich, schon mal gefragt. Warum kann ich diesen Turm nicht anzünden? Ähm. Ähm. Ich wäre dankbar für eine Info. Ich wäre echt dankbar für eine Info. Ich bin verwirrt. Sehr verwirrt, wenn ich das mal sagen darf. Ja. Habe ich irgendwas verkackt? Bin ich auf dem falschen Turm oder was? Nö Bin wohl schon richtig hier Kann den Turm aber aus Gründen nicht anzünden Der Hauptmann ist tot Der müsste da auf dem Haufen liegen Neben dem Bötchen Verstehe ich nicht Verstehe ich wirklich nicht Gut lassen wir das Dann halt nicht Dann halt nicht Dann machen wir in der nächsten Folge Irgendwas anderes Keine Ahnung was Kein Plan ob der Turm verbackt ist Ob ich irgendwas verkackt habe Mir ist nichts angezeigt worden Zumindest habe ich nichts gesehen Vielleicht ist was angezeigt worden Aber der Hauptmann ist tot Die einzigen beiden Wachen die noch stehen Sind die beiden da unten Ähm Ja Die können wir ja mal noch töten Ob das irgendwas ändert An der Gesamtsituation Ich glaube nicht Das wird Am ganzen Nichts ändern Der ganze Was macht der denn da hinten Der ganze Bereich ist komplett befreit Von Wachen Und das hier ist der Hauptmann Da Ditte Ditte ist er War Hier Fomp Und Fomp Geht baden Warum geht das nicht Mit dem Turm Ich bin Er leuchtet auch nicht Verwirrt mich Verwirrt mich echt Borgiaturm Rom zu 1% Wieder aufgebaut Ähm Das war es an dieser Stelle Mit dem Let's Play Wir haben unsere Ziele erreicht Äh Joa Kinders Dann Keine Ahnung Ich werde Offscreen nochmal ein bisschen Rumprobieren Und dann sehen wir uns In der nächsten Folge Irgendwo Wieder Und machen Was anderes Ich bin Arg Verwirrt Aber gut Äh Was soll's Wir werden schon Irgendwas anderes noch finden Bis hier sage ich erstmal Danke fürs Zuschauen Ich hoffe es hat euch gefallen Und ciao ciao Bis zum nächsten Mal